Ahoi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute reden wir mal über Gabis Hass und Falkos Güte. Was das zu bedeuten hat, das sage ich euch natürlich alles gleich. Vorher will ich aber nochmal kurz sagen, dass ihr auf dem aktuellsten Manga-Stand sein solltet, damit ihr hier auch alles versteht und nicht gespoilert werdet. Aber das sollte mittlerweile ja eigentlich schon klar sein. Ja Leute, im letzten Kapitel gab es ja einen relativ krassen Cliffhanger, wo viele jetzt munkeln, was passiert als nächstes, wird Jon jetzt sterben, schießt Jon auf Falko, was macht Gabi und so weiter und so fort. Und um euch nochmal kurz aufzuklären, Jon steht kurz vor Piek und Falko und möchte gerade einen Donnersperr schießen, aber weil sich eben Falko vor Jon gestellt hat und schützend vor Piek, er zögert Jon jetzt sehr sehr wahrscheinlich, weil eben Falko ein Kind ist. Denn wir haben ja schon von Jon gehört, er will Zivilisten und ganz besonders Kinder schützen und sie aus dem ganzen Krieg heraushalten und Falko ist natürlich ein Kind, Leute. Daher könnte es meiner Meinung nach dazu kommen, dass Jon zögert auf Falko zu schießen. Mehr dazu könnt ihr in meiner Kapitel-Review hören, falls ihr das nicht Jon getan haben solltet. Aber was ist jetzt eigentlich das genaue Thema dieses Videos? Ich möchte mir mit euch hier kurz Falko und Gabi anschauen, denn diese beiden Charaktere sind schon krasse Gegensätze auf Seiten der Mali und zeigen ganz gut, wie unterschiedlich doch die Menschen sich dort, selbst dort im Mali-Regime entwickeln können. Und PS Leute, das hier ist kein Charakter-Video zu irgendeinem von den beiden, sondern ich rede hier nur über die beiden. Also fangen wir an dieser Stelle mal mit Falko an, denn Falko ist einfach die gute Seele unter den Kriegeranwärtern der Mali und er scheint auch, so wie es aussieht, kaum von der Mali-Propaganda bzw. Ideologie beeinflusst worden zu sein. Und das finde ich wirklich bemerkenswert, Leute, da wir ja schon im Falle von zum Beispiel Porco oder auch Rainer gesehen haben, wie krass die Propaganda der Mali gerade bei Kindern anschlagen kann und wieso die Perspektive der Charaktere auf Seiten der Mali wirklich von klein auf richtig krass beeinflusst werden kann. Falko ist da jedoch eine Ausnahme, will ich schon fast sagen, selbst wenn man ihn vergleicht mit den anderen Kriegern aus der letzten Generation, das heißt Rainer, Berthold, Anni und so weiter und so fort, selbst da ist er wirklich ein spezieller Fall. Denn Falko ist ein Pazifist. Er sucht den Frieden, er verabscheut Krieg und möchte einfach nur Menschen beschützen bzw. im Frieden leben und er versteht es auch nicht, wieso Menschen sich eigentlich bekämpfen. Er steht damit im krassen Gegenteil zu den anderen Kriegeranwärtern und auch zu dem, was man als Kriegeranwärter gelernt hat, immer wieder eindoktriniert bekommt. Denn das, was sie eben lernen ist, dass Krieg gegen die Paradiesinsel höchste Priorität hat, dass der Fauni-Titan zurückgeholt werden muss. Das ist immer schon die hohe Priorität gewesen, der Kampf gegen die Dämonen von der Paradiesinsel. Aber Falko ist halt eine gute Seele, wie ich schon gesagt habe und dass er eben immer an das Gute auch im Menschen glaubt und diese gute Seele ist, das haben wir schon mehrere Male gesehen. Um euch jetzt mal hier ein paar Beispiele zu liefern. Er hat zum Beispiel Eren geholfen, okay? Er wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wer er ist. Er wusste nur, er ist Eren Krüger. Als Eren mit seinem Bein, mit der Binde auf der falschen Seite da auf dem Boden saß, hat Falko ihm geholfen, er hat ihm aufgeholfen, hat ihn quasi betreut, als er in der Klinik war. Er ist immer wieder zu ihm gekommen, hatte Zeit mit Eren verbracht, hat mit ihm geredet und ich fand diese Gespräche auch wirklich sehr, sehr schön von den beiden. Und da sehen wir auch schon, dass er mit diesem Kriegsgeschädigten, ja, er dachte ja, Eren ist ein Kriegsgeschädigter und hat mit ihm wirklich Zeit verbracht, um auch nochmal die Perspektive zu sehen aus dem Krieg, dass eben es nicht Gewinner in einem Krieg gibt. Das finde ich ganz wichtig, dass Falko das auch irgendwo vermittelt. Auch dasselbe bei Reiner, jetzt gerade im letzten Kapitel, als Reiner dort steht und gar nicht klarkommt, fast sein Leben aufgibt, hat Falko wirklich rührende Worte gesagt, als er Reiner da auf die Schulter fasst und sagt, hey, du hast doch noch Kameraden, hier sind nicht nur Feinde. War auch wirklich sehr, sehr gut. Und ganz besonders finde ich auch, was viele immer sehr, sehr schnell vergessen, seine Besorgnis bezüglich Gabi. Er will ja der nächste gepanzerte Titan werden, aber das will er halt nicht werden, weil er so krass gerne ein Titan-Wandler werden will oder weil er so gerne nach 13 Jahren sterben will. Nein, er will Titan-Wandler werden, damit er quasi Gabi ihren Platz als Kriegerin wegnimmt, damit Gabi eben nicht nach 13 Jahren sterben muss, weil er Gabi natürlich mag, aber trotzdem, das ist ja eben auch ein Anhaltspunkt, ja. Denn eigentlich ist es ja für die Kriegeanwärter die größte Ehre, zum Titan-Wandler zu werden, denn so können sie den Marley dienen und für ihn geht es aber gar nicht darum, dass er Marley dienen kann, sondern eher darum, dass er Gabi beschützen kann und sie eben nicht der Titan-Wandler wird, was wieder zum krassen Kontrast steht und das haben wir ja schon gesehen in einem der früheren Kapitel im Marley-Arg, als er mit Reiner gesprochen hat. Das ist einfach nur richtig gut gewesen bei Falko und da finde ich diesen Charakter auch sehr, sehr interessant. Falko ist meiner Meinung nach auch irgendwo die Personifikation von der Suche nach Frieden in Attack on Titan. Denn weder auf Seiten der Paradiesinsel, also unserer alten Helden, sage ich jetzt mal so, noch auf der Seite der Marley gibt es eine Person, die wirklich so gutherzig ist und so friedfertig ist wie Falko. Und ja Leute, selbst Armin kommt da nicht wirklich dran, vor allem kommt Armin da nicht mehr dran, seitdem er den Move jetzt an der Küste gemacht hat in Kapitel 103, auch wenn ich glaube, dass Armin den nicht ganz so freiwillig gemacht hat oder ganz so gerne gemacht hat, sage ich mal. Deswegen ist Falko hier wirklich ein essentieller Ankerpunkt davon, dass jemand selbst unter den Marley Friedensuchen sein, ganz normal, ja, ein Pazifist sein kann und nicht auf diese ganze Propaganda reinfallen kann. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Bei Gabi haben wir jedoch das genaue Gegenteil, wenn wir uns sie mal genauer anschauen. Sie hat nämlich überhaupt kein Problem damit, Menschen zu töten und auch ihr eigenes Leben dabei auf dem Spiel zu setzen, während sie andere Leute tötet, das stört sie eigentlich auch nicht wirklich. Ja, das haben wir nämlich am Beginn des Marley-Erks relativ gut gesehen, denn da befanden sich die Marleyer im Krieg mit der Allianz des Nahen Ostens. Und da hat sie ohne zu zögern eine Stange Dynamit auf feindliche Soldaten geworfen. Im Vorfeld hat sie sich noch als Zivilistin ausgegeben, weshalb die Soldaten eben nicht geschossen haben. Sie hat quasi noch die Güte quasi der Gegner ausgenutzt, dass sie gedacht haben, hey, das ist eine Zivilistin, das ist doch ein Kind. Und sie hat dann damit einfach mit Dynamit eben einen Bunker in die Luft gesprengt. Und auch erkennt man bei ihr sehr, sehr klar, dass die Marley-Propaganda voll und ganz wirklich sie eingenommen hat. Sie ist außerdem fest davon überzeugt, dass die Leute auf der Paradiesinsel wirklich Dämonen und Monster sind, die die LDR an dem Festland einfach im Stich gelassen haben, dass der König innerhalb der Mauer ein Monster ist, dass Eren ein Monster ist und so weiter und so fort. Und das sahen wir ganz besonders, als sie mit Rainer und der Familie, die beiden sind ja verwandt, sie sind ja Cousin und Cousine, als sie am Esstisch zusammensaßen, da haben wir das wieder gesehen, wie fanatisch doch Gabi eigentlich so ist. Und als Rainer dann Andeutungen gemacht hat, dass die Leute von der Paradiesinsel eigentlich ganz normale Leute wären, ja, wirkte sie irgendwie schon verwillt. So als ob ihr eigenes Weltbild, was ihr ganzes Leben aufgebaut würde, zerrüttelt wurde. Ja, das fand ich wirklich auch sehr, sehr interessant. Sie konnte es gar nicht glauben, hat nicht verstanden, was Rainer da jetzt sagt. Sie, als Kriegeranwärterin, ist auch irgendwo eine Art Fusion aus Rainer und Marcel. Ja, warum ist sie das? Sie hat den Fanatismus und auch die Loyalität gegenüber Marley, genauso wie auch Rainer es hatte, als er noch klein war. Aber zur gleichen Zeit hat sie kämpferische und führende Fähigkeiten, ebenso genau wie Marcel sie eben hatte. Und mittlerweile sieht man in ihr jedoch auch irgendwie den jungen Eren, will ich schon fast sagen, welcher geschockt zusehen musste, wie seine eigene Mutter von einem Titan gefressen wurde. Sie sah nämlich, wie Eren, der übrigens natürlich ein Dämon von der Paradiesinsel ist nach ihrer Propaganda, Hunderte von Menschen tötete und dabei starben dann auch zwei ihrer besten Freunde, nämlich Udo und Sophie. Für sie gibt es deswegen jetzt eigentlich nur noch ein Ziel. Ja, müssen wir uns gar nichts vornachen. Für sie gibt es nur noch ein Ziel und das hat sie auch explizit gesagt. Sie will nämlich Eren Jäger töten und auch die ganzen Dämonen auf der Paradiesinsel. Das ist ihr fanatisches Ziel und ihr Blick dabei spricht auch einfach Bände, Leute. Für sie ist Frieden, Vergebung und Güte keine Lösung bzw. es ist keine Option für sie. Sie denkt erst gar nicht daran, denn der Hass, welcher ihr von klein auf gegenüber dem Paradiesleuten eingetrichtert wurde, ist einfach präsent und der wurde ja nochmal verstärkt durch die Taten von Eren. Durch die Taten von Eren ist er auf eine neue Stufe gehoben worden, will ich schon fast sagen. Und deswegen kann ich mir auch ganz, ganz gut vorstellen, dass Gabi diejenige sein wird, die das Zögern von Jean, was ich vorhin am Anfang angesprochen habe, ausnutzen wird und auf Jean schießen wird, während Jean eben nicht auf Falco schießen wird. Und dadurch könnte sie tatsächlich Jean erschießen. Ob das so kommt, weiß ich nicht, aber viele befürchten das schon, mich eingeschlossen. Ja, ich finde, das ist wirklich ein interessanter Denkansatz. Ziel dieses Videos ist es jedoch, euch zu zeigen, dass die beiden Charaktere Falco und Gabi richtig verdeutlichen, die zwei Seiten, die selbst innerhalb des Regimes oder eines Regimes wie der Malay entstehen können. Dass die beiden von klein auf eigentlich gleichgeschaltet werden sollen und trotzdem haben sie sich verschieden entwickelt. Falco, dieser friedfertliche und Gabi, einfach diese loyale, fanatische, die einfach wirklich die Propaganda akzeptiert hat, wohin Falco wirklich hinterfragt und den Frieden sucht. Und das finde ich wirklich sehr, sehr spannend und interessant. Und deswegen würde mich jetzt auch richtig brennend interessieren, was ihr eigentlich von diesen beiden Charakteren haltet, von Gabi und Falco. Ich habe sehr, sehr oft gelesen, dass viele von euch Gabi überhaupt nicht leiden können, dass ihr wirklich Gabi hasst. Viele von euch haben ja auch Angst, dass Gabi einen eurer Lieblingscharaktere erschießen könnte. Und ja, es wäre aber eben ein stilistisches Mittel, wenn jetzt wirklich einer der Protagonisten sterben wird. Hajime Isayama hat selbst gesagt, dass einer unserer Protagonisten sterben wird. Welcher es sein wird, hat er nicht gesagt, auch nicht wann er genau sterben wird, aber dass jemand von ihnen stirbt, das hat er zumindest schon gesagt. Und Gabis Rolle, ja, ihr ganzer Charakter wäre irgendwie verschwendet, wenn sie jetzt keinen wirklichen Einfluss auf die Story haben würde, sondern sie muss wirklich etwas Relevantes machen. Und was wäre da wohl essentieller? Was würde die Leser wohl mehr triggern, als wenn Gabi einen der Protagonisten erschießt? Das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Sache. Und auch, was haltet ihr von Falco, Leute? Gerade diesen Friedlichen. Viele sagen, Falco ist ein Lappen. Andere sagen, Falco ist ja so rein und so hilfsbereit. Der darf einfach nicht sterben. Und ich muss wirklich sagen, ich mag Falco aufgrund der Tatsache, dass er eben dieser Pazifist ist, dass er einfach diese Güte auch widerspiegelt, die uns irgendwie in Attack on Titan verloren gegangen ist oder die vielleicht in Attack on Titan bis jetzt noch gar nicht vorhanden war. Und deswegen ist Falco dieser Anker und ich mag Falco wirklich sehr, sehr gerne. Er ist einer meiner lieberen Charaktere geworden in den letzten zehn Kapiteln, muss ich einfach wirklich sagen. Deswegen lasst mir eure Meinung zu diesen beiden Charakteren unbedingt in den Kommentaren da, damit wir mal ein bisschen darüber diskutieren können. Ja, Leute, falls euch dieses Video gefallen hat, dürft ihr das Ganze natürlich gerne mit einem Like supporten, so wie immer, auch kostenlos abonnieren, falls ihr neu auf diesem Kanal seid. Und schaut auch gerne noch auf meinen sozialen Medien vorbei, das heißt Twitter oder Instagram. Und schaut auch gerne bei uns auf dem Discord vorbei, alles in der Videobeschreibung. Ja, Leute, ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Ich sage tschau und tschüss und hoffe, wir sehen uns spätestens im nächsten Video wieder. Ich sage tschüss und tschüss und tschüss und tschüss.